Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Seit 1864 hat das Hotel zur Post in Wurzen seine Pforten für Reisende geöffnet und begeistert bis heute mit unverwechselbarem Charme. Komfortable Betten und Matratzen sorgen für ein wunderbares Schlafvergnügen. Und morgens erwartet sie ein herzhaftes Frühstück mit frischen regionalen Produkten. In Wurzen findet sich einer der kleinsten Dome Deutschlands. Das Städtchen und die Umgebung haben darüber hinaus zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten zu bieten. Nach einer Sightseeing-Tour lädt sie das hoteleigene Restaurant ein, den Tag mit authentischer italienischer Küche ausklingen zu lassen. Da sich fünf Radwege in der Region kreuzen, machen auch Biker in dem Gasthof immer wieder gerne Station, um es sich gut gehen zu lassen. Verbringen sie entspannte, genussvolle Tage im Hotel zur Post. Das Team um den humorvollen Hotelchef Jens Heinrich freut sich schon darauf, sie nach allen Regeln der Kunst verwöhnen zu dürfen. Das Team 1 Das Team 3 4 5 7 8